maximale magazin größe plus fünf prozent und drei prozent mitgeführender ich habe jetzt war mal bei weitblick erhöht magazin größe und nachladegeschwindigkeit magazin größe plus acht prozent nachladegeschwindigkeit plus zehn prozent und dann habe ich noch einen bei beschleunigung erhöht schaden und projektiergeschwindigkeit drei prozent und vier ich habe waffen meist immer nur wo du kannst so schnell schießen wie du klickst ich habe wieder neue sniper muniz hatte die will ich haben so toll wieso schießt du schon auf die ich habe kann ich gemacht und du nicht nein da ist der typ oder beziehung die typen nicht mehr lange ho 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 volle geweihnachten ich glaube wir hätten irgendwo einen speicherpunkt finden müssen wir waren noch an dem da vorne ich glaube die haben nicht wirklich gezielt normalerweise doch egal ist ja nicht viel passiert nö muss nur noch mal machen aber naja gehen wir schnell naja ernsthaft ja ernsthaft was für eine kackgenauigkeit ok meinst du das sniper ja geht in zweck einem zwecks dafür spaß hier guttag lehrerschaften hallo halli hallo ernsthaft was ist das für eine scheißwaffe ernsthaft ja was haben wir hier auch ein bad ass ist das ey aber ich muss unbedingt verkaufen glaubt gleich kommen wir erstmal wieder automaten aber ich wollte mal eben was ich vorher voll vergessen aber mehr und hier sind reingekommen maus und tastatur und zwar die schlagen von die schlagen von v hat das auf sdrg gemacht das ist voll praktisch der rest kriege ich noch ungefähr hin normal hast du ja immer wegen springen dann krieg ich den kleinen aufschrift und brauchst nur ein stück runter gehen und schon mal zu schlagen naja das war die sniper weil das hast du für eine waffe wieso du hast das fast getroffen ja hilf nicht warte wie das explodiert schlitz ohne witz schlitz ohne witz hier schlitz 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 jetzt alles weg reinkriegen könnte man nicht was für hilfe schlitz ohne witz schlitz ohne witz du gehst hier alles weg aber ich will die rechte waffe haben ich gehe nicht alles weg ich will gerade nicht gucken aber ich guck mal ehrlich ne will ich nicht ernsthaft die rechte nicht vorher zu schnell wie du abdrücken kannst du das hört die hat sich wieder gut an voll zu schnell wie du habe ich nämlich auch hier habe eine 35er alle sind schlechter als meine ich habe eine die hat 23 aber dafür hat die ich will jetzt mal davon ist ein shop immer hier hoch hier ist nur ein bisschen was drauf zumindest geld das wir brauchen ja gelb auch immer nach hier ganz weg am zwecks da ohne witz hier frisst die einfach ohne witz sind wir denn hier das los mit mir ich will entscheiden wo ist denn der kack shop nicht ernsthaft da oben oder der kommt hier vorne gleich hier wird was auf der karte angezeigt wird wo ist der denn ja das ist ein bisschen weiter oben das ist ja voll yolo was soll denn hier auch nur granate eine ketsche gegen grenade feuer vergisst er die hälfte was wir doch vergessen aber ich nicht doch was haben wir denn hier brauche ich nicht brauche ich nicht warte mal nein zu schlecht alles schlechter als meins ich habe eben noch ein besseres für mich eingesammelt deswegen solltest du und hättest du gar nicht gucken wir brauchen ich habe ein 160er aber das eine mit 167 das lebt nicht zu lange 164 145 32 das erhöht alle alle beide aber meins ist 21 25,1 wir müssen unbedingt verkaufen und komm moment 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 ja es kommt gleich eine heilung schaffen ist mir egal trotzdem wird der schrott hier alles jetzt speichert der grad das reicht sie hier ist nämlich der heraldscher geil yolo wer hat erstmal der fucker was geht es denn bei dir ab hier mach du das mal wenn du Lust hast ich verkaufe erstmal Sachen ich habe schon wieder eine schrottie verbraucht ich habe zwei munition ne alles schlechter waffen hier bam 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 alles weg alles weg so au der klingt gut aber ist auch kacke der schrott würde nur die ladekapazität erhöhen oder die haltbarkeit weißt du genau loote du und ich kille also die schrottie aber die ist ja nochmal besser als die andere aber genauigkeit ist mies geht kacken geht kacken geht kacken ja also schlechter als bei der sniper ne war okay oder zu schnell aber die behalte ich trotzdem die kann weg die kann weg die eine noch mhm war nicht einfach noch so unsere lieblings folter opfer und dafür lassen wir euch leben überlegt es euch lasst euch zeit naja laber nicht die können weg der scheißkopf so na ich rotze nachher mit dem einling weg mhm mit der einen schrotflinte mach das das tauscht doch ein du blöder idiot danke zentos für alles was denn ja los weg oh jetzt gehts wieder ab jollo hast du eben auch mit drauf geschossen auf den nein also habe ich den vollkopfschutz verpasst eben das kann natürlich sein fröhliche weihnachten ihr spinner ja die haut ganz schön kritischen schaden rein aber so richtig ich brenne ich brenne ich rotze alles weg das schön jolo weg ach ich das alles voller kohle so geschafft na was haben wir hier schönes drin Waffen wo jo ja loot erstmal ja den Rest kannst du dir nur gucken äh ich mach dir niemanden mal zwei Schäste erst mal den Modi aufheben äh das andere geht ein bisschen runter aber auch nur wirklich ein bisschen feuer und sie auch von dem Geld nicht mitzunehmen meint wie kannst du mitnehmen und verkaufen feuer aber hatte bei dem der falsch gelaufen wo ist der ja ich nehme die andere doch wieder weil die Fahrrate von der anderen ist besser wenn die 35er dann weg hallo ich baue ne schnellere feuerrate waj 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 Hallo, Crap-Tap. Nein, ernsthaft? Was denn? So. Ei. Kriegt du jetzt schon voll ner Ärger. Ja, wird es auch. Hier, bitteschön da oben. Zu der letzten... Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Du hast den ernsthaft erschossen? Ja, hab ich. Warum? Also nicht. Das hab ich jetzt auch nicht kapiert. Das hätte ich jetzt noch genommen. Ich geh nämlich wieder drauf. Weil jetzt irgendeiner die scheiß Säure geschossen hat. Ja, gegner. Der Drecksaffen. So. Ah, ich sterb hier gleich. Wo ist er denn? Ich bin hier hinten, Fisch. Hä, aber wo ist der Knallkopf? Hä, wie hast du das denn jetzt geschafft? Ja, weil ich schon am sterben war. Ach, YOLO, der da unten. Ja. Ja. Danke. Hä, wo bist du jetzt? Ach, da. Ja, wieder ein bisschen weiter vorne gelandet. 210 sind die Gebühr. Ja, weil du so viel Kohle mit hast. Das ist aber auch noch was. Ich klinge meinen Lärm an den Winter noch mal. Damit die stattdessen ich nicht brauche. Hast du noch genug? Ja. Ich habe irgendwas mit 2000 noch was bei mir an Kohle. Ich habe 3, 4. Aber ich muss auffassen, schrubft mit Munition. Die Waffe, die zieht aber zu viel Munition. Ja, das ist schlecht. Ich war zu lange nicht. Ach, hier ist noch mal Kohle. Ach, kriegst du schnell wieder rein. Ja. Soll ich nach oben gleich wieder. Na ja. Oh crap, der alter Nerv nicht. Hi. Ach, hier war da auch noch was. Oder? Habe ich schon. Ne. Die Munition ist wichtig. Nicht alles? Ne, ne, Munition auf jeden Fall. Weil das andere nutzt alles aus und eins vergisst du hier eben. Jodo. Da ist auch noch was. Ne, ich gehe jetzt gerade hier ums Haus rum. Kohle. Ja, noch noch was. Hm. Munition. Hm, das soll ich vermisst. Was? Da ist er. Die Kiste am Seil. Die Kiste am Seil. Und hier sind alle Waffen so schlecht. Ja. Obwohl, alter, die hat 25er, 85er Magazin. Aber trotzdem sind die Scheiße. Ja. Was bringt die dann leert? Ich glaube, die bringt die noch 61. Ne. Ne, ne. Hast du jetzt mitgegiert? Ja. Ist ja klar. Verkaufen. Nehmen wir auch nur was. Kondition. Denk ich hier. Vielleicht. Du hängst immer. Ne. Hats Maul. Das ist so nervig. Ja. Ja. Finde die Steilung. Pff. Oh, ne. Dann wieder. Finde die Steilung. Kenne ich schon. Im Klo. Yay. Oh. Wie, ohne mich? Woher? Hier. Da. Da.